Order-Guthaben. Was ist das und wie können Sie es nutzen? Bei Order-Guthaben handelt es sich nicht um eingebuchtes Geld, sondern sozusagen um einen geldwerten Kostenpuffer für unsere Order-Provisionen. Führen Sie einen Wertpapierkauf oder Verkauf durch, wird die regulär entstehende Flat Tax Order-Provision von diesem Order-Guthaben beglichen. Das bedeutet, Sie tragen diese Kosten so lange nicht selbst, bis das Order-Guthaben aufgebraucht ist. Berücksichtigen Sie bitte, dass Fremdkosten nicht mit abgezogen werden. Auf Ihrer Wertpapierabrechnung sehen Sie rechtzeitig die eigenen Spesen und die Fremdspesen und können einsehen, ob die Flat Tax Order-Provision berechnet wurde oder nicht. Sie können im eingeloggten Bereich Ihren Order-Guthabensbestand einsehen. Auch sehen Sie dort, wie lange Ihnen der Betrag zur Verfügung steht. So haben Sie jederzeit die Übersicht. Kommen wir jetzt zur Navigation, wo Sie Ihr Order-Guthaben einsehen und gegebenenfalls einen Gutschein einlösen können. Klicken Sie sich auf unserer Webseite in Ihr Depot ein, sehen Sie in der Flat Tax Classic Darstellung Ihr Order-Guthaben unter dem Menüpunkt Service, Service, Gutscheine. In der Flat Tax Next App finden Sie Ihr Guthaben unter dem Bereich Mein Depot. Klicken Sie rechts oben auf das Menü-Symbol, dann auf Aktionen, Aktuelles und dann Gutscheine. Das Order-Guthaben kann nicht für Order-Provisionen für Sparpläne, den KAG-Handel oder CFDs eingesetzt werden. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video weitergeholfen. Sollten noch Fragen offen sein, sind wir gerne im Support für Sie da. Ihre Sandra vom Flat Tax Team